Ja, es ist ziemlich laut wegen dem Wind wahrscheinlich. Heute ist der 1. Dezember und ich bin auf dem Weg, um mich mit ein paar Freunden zu treffen. Wir fahren zum Flughafen und dann geht's nach Portugal. Gut, ziemlich actionreich, denke ich. Oh, fuck. Wenn wir nach Hause kommen, wir sind im Laufe von Roter. Das ist der Richtigste. Das ist der St. Hartz, der vorne, wenn die Tür aufsteht, wenn die Tür aufsteht. Ja, wir sitzen gerade im Flugzeug. Ja? Ja. Wir gehen jetzt nach Portugal. Tag 4. Wir haben immer noch kleine Nahrung gefunden. Die Toilette ist verstopft. Das ist nicht, was wir tun, oder? Ich weiß nicht. Der Wasserzustand ist dramatisch. Der Wasserregel ist getrunken. Wir sind gerade über dem Südatlantik. Wir haben gerade Harry Potter Hörbuch angemacht. Da ist ein Industriegebiet. Das kann ich. Wir können sie selber mal gucken. Ich muss ja auch gucken. Die Reihe davor, dass er Silas ist. Julian pent auch jetzt gerade. Dommel ist im Tiefschlaf. Wie geht die jetzt aus hier? Wer hat die lebt? Ja, man nimmt hier noch nichts vor. Ist ma. Aber neu, rängt das gar nichts vor. Mach das nicht. Ist auch gar nicht hier ein Teich auf der Prüf. Aber irgendwie... Guck mal hoch. Ja. Rängst du selbst, ne? Ja. Ja. Na, was ist denn der? Ich frage. Ist das kein Clip? War ja so ein Brunzer, oder? Der ist eigentlich entspannter aber auch. Das ist unser Haus. Ich glaub, das wär was. 71. Und du hast? 73. Haben wir nicht direkt nebeneinander. Ist das unten oder oben? Ist das oben? Ist das wärmer? Aua, fucking shit! Ja! Ist das unten oder oben? Ah! Schön! Nee! Alter! Geil das ist! Wir haben sogar TV und Airconditioner und shit! Na? Freunde! Sind die das? Ja! 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 Hey, hast ihr auch ne Küche? Ja, Mann! Wir haben auch ne Waschmaschine! Ja, dumme! Wir können zu euch rüberknütteln! Ja, aber kochen machen wir immer bei... Ey, Spaß! Sollen wir die reinschieben? Teppich drauf? Krasser Scheiß hier! Schränkt noch alles drin. Krass! Ja, besser ausgestattet als bei mir zuhause! Zehn! Wir haben sogar so ne Karaffe und so nen Ölspender und so nen Scheiß! Also für Olivenöl! Das Blätten sind auch gerade auf dem Zuckel! Da haben wir ein aber romantisches... Romantisch! Haben wir auch nen Safe! Aber das kann Schlüssel sein! Was ist das? Diftung vielleicht? Ja! Da können wir sogar baden! Schön! Mütlich! Couch! TV! Ich sehe! Crazy Shit! Wo wollen wir denn jetzt überprüfen fahren? Wir haben die Karten! Einkaufen! Weißt du, wo es ist? Warum sitzt du dann hinten? Ja, weil Silas... Silas? Vorne sitzen welche... Finde ich negativ! Ich finde, ich sehe das, ob er schützt. Ja! Silas hat doch... Ich bin jetzt mit dem Möbelreis... Ich bin am Rきます... Ich bin in der Schlaf! Wartei... Na, hier heißt ja... Ja! So, wo ihr seid! Jetzt ist wo ihr seid! Auf dem Fiskos! Wir machen den Fiskos! Noch leer! Wir machen die erste... ... und die... Wir haben viel zu viel eingekauft. Kurzes Zwischenupdate, wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen. Das hier ist ja wie gesagt unsere Wohnung. In der wir werden jetzt trinken, wir haben eingekauft. Und es ist ziemlich geil hier. Wird super. Leidnacht schwimmen. Gib mal deinen Booster rein. Das ist so wehlassig. Oh Mann, das ist ganz süß. Das ist ganz süß. Alter, bin da. Ab mal, ab mal. Alle denken sich, es ist nur ein normales Badezimmer. Dabei guckt man dann mal in den Schrank. Wir stellen beim Westen. Das ist so ein Zomatzlober. Oh nein. Oh nein. Du hast es kaputt gemacht.